...aufmerksam machen muss, dass es dich noch gibt oder wieder gibt, dann kannst du gerne dich bei uns melden. StyleFM Work in Mut unterstützt dich für dein Business, egal ob Autowerkstatt, Ergotherapie, Becker oder Späti, egal, melde dich einfach bei uns per Mail an, wir leben jetzt stylefm.de oder kannst du auch online machen über www.web.de und wir bewerben dich von dir. Jeden Tag von Montag bis Freitag um kurz vor halb zwei bei StyleFM Work. StyleFM, wir halten natürlich zusammen alle Infos nochmal auf. StyleFM Rocking Hot is time.